Oh verdammt, Rini? Geht's dir gut? RINI! Vielen Dank, sich Ihre Degote an mit Ringo. HINN! HINN! GAH! RINI! Wo bist du? Kampen-Tätigkeit in den Augen entlang. Oh, Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Oh, Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Alle Truppen an der Front. RINI! Oh, Gott sei Dank. Die Socke, mit der ich Spot gespielt habe. Sieht aus, wie das Ei aus dem Spot geschlüpft ist. Seltsam. Hallo, Spot? Bist du da drin? RINI! Ein Glück zu links! Wo bist du? Na, ohne. Die blöde Kiste! Revisionen in Reinschaft. Offensive geplant. Oberverrückte. Leiser verdammt! Unterbeschluss. Den Land in die dritte große Angriffsrennung. Schwere Artilleriefeuer. RINI! Wo bist du? Offensive geplant. Revisionen in Reinschaft. Was? Ruhe Verluste. Bereitige Stürmer überlegen an der Front. Auch Jugendliche sind angehalten. Unterbeschluss. Geh endlich aus! Unterbeschluss. Ruhe! Um zu verpflichten. Unabhängig. Really? Na, ohne. Du verdammte Scheißteile. Tammtätigkeiten. Halt er durch die Klappe. Revisionen in Reinschaft. Geh kaputt, verdammt nochmal. Du verdammte Scheißteile. Halt er durch die Klappe. Geh kaputt, verdammt nochmal. Römer! Du verdammt nochmal! Überein! Unzu verpflichtend! Unterbeschluss! Nach ohne körperlicher Ruhe! Krangtätigkeiten in Reinschaft. Revisionen in Reinschaft. Offensive geplant! Schloss jetzt! HAH! BOOM! Was ist das? Was ist das? Wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träum ich das, oder was? Ohne Rini gibt's für mich kein Zurück. Schnell zu Rini. Das Teil trägt nur Fliegengewichte. Und hopp! Oh oh! Da könnte ich da aufspringen, wenn ich meine Höhenangst überwinde. Und meine Angst im Allgemeinen. Fiorini! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Rollo! Das war's. Das war's. Das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Zedwig. Das letzte Mal, als ich die Rüstung sah, steckte da ein Koch drin. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen. Was machst du? Nein, bleib stehen! Rieny! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Was ist das hier? Na los! Hinterher! Untertitelung des ZDF, 2020 Wow! Wie im Traum hier! Wer bist du denn? Wo bin ich hier? Das Licht, die Farben, der Duft, das hier ist Silence Wow! Was soll der Kitsch? Das hier ist mein Traum Und darin will ich keine verdammten Schmetterlinge im Regenbogen Ich will meine Schwester zurück! Oh verdammt! Sei still und versteck dich! Schnell! Oh Gott! Was war das denn? Puh! Gut gemacht! Was? Na, dass du auf mich gehört hast! Die Sucher fackeln nicht lange! Hab ich gemerkt! Was suchen die denn? Und du? Was suchst du? Meine Schwester! So klein ist sie und... Und ganz schön todesmutig! Du hast sie gesehen? Sie spazierte im Auge des Weltenwurms herum Da zickte sein Kiefer noch! Was? Du meinst... Der... Der Wurm lebt denn noch? Wie auch immer ihr es geschafft habt wögend aus einem Weltenwurm herauszukommen oder ihn sogar zu töten Bestimmt war eine mächtige Portion Glück dabei! Hoffentlich verlässt es euch nicht! Sonst kommt ihr hier nicht weit! Übrigens ist deine Schwester bald in Sicherheit! Einer von meinen Leuten bringt sie ins Geheimversteck! Wohin? Kann ich dir nicht sagen! Ist geheim! Was bedeutet einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du überhaupt? Komm! Hey, warte! Wie ist sie da hochgekommen? Wichtigere Frage, wie komme ich da hoch? Wie soll ich da ohne Seil raufkommen? Ich wüsste nicht mal, wie ich das mit Seil schaffen sollte! Vielleicht macht es mir ja die Räuberleiter! Eher nicht! Hey, ich kann gut klettern! Nur diese Wand lässt mich nicht! Ich komm da rauf! Egal wie! Ich komm da rauf! Egal wie! Mhm, sehr hübsch! K Hey, K Guck mal! Ja, ich kann das nicht weg! Ich kann das nicht weg! Wenn ich ihn bis dahin rollen kann. Ich wünschte, Spot wäre da. Hm? Spot, bist du das? Aber natürlich, das ist Silence. Ja, du bist es! Du bist es! Schlüpfst du jetzt und hilfst mir? Was? Warum nicht? Na, warte. Ich hol dich da raus. Die Waisenhaus-Methode. Einfach den nächstbesten Kind auf den Kopf haben. Nicht mal ein Riss. Das hätte ich von einem Spot-Eye auch nicht anders erwartet. Die Waisenhaus-Methode. Einfach den nächstbesten Kind auf den Kopf haben. Ach, nicht mal ein Riss. Das hätte ich von einem Spot-Eye auch nicht anders erwartet. Oh ja, du hast Hunger. Soviel ich weiß, ist Spot keine Amphibie. Ein schönes, warmes Nest. Genau da gehörst du jetzt hin, Spot. Oh! Verdammt! Na, warte. Ich krieg das Ei schon ins Nest. Spring raus! Hopp! Na los! Mit Spots Hilfe komme ich darauf, wenn er geschlüpft ist, wenn ich ihn ins Nest legen konnte, wenn ich das Vieh weggelockt habe, wenn ich einen Köder gefunden habe, wenn... Na, warte. Ich krieg das Ei schon ins Nest. Der hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Jetzt dran die. Beeil dich mit dem Schlüpfen, okay? Sport! Du bist es, du bist es wirklich! Komm her, oh Mist! Böse Mama! Puh, das war ganz schön knapp. Aber super Sport dafür, dass du gerade geschlüpft bist. Das soll dir erstmal einer nachmachen. So, jetzt lass uns versuchen von hier wegzukommen. Bist du bereit? Cool! Knappt wie eine Flonne! Probier das mal! Bist du bereit? Ja! Bist du bereit? Und wie kommst du jetzt rauf? Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Bist du bereit? 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 Bist du bereit?